Magisches Schloss Kinder, seid vorsichtig. Tumpt nicht so. Hallo meine lieben Freunde. Hallo Steffi. Na, wie geht's dir so heute? Na, mir geht's gut. Es wird aber Zeit, die Kinder abzuholen. Na, deshalb bin ich ja auch gekommen. Na, gehen wir nach Hause? Oh, mich ruft jemand an. Hallo? Das ist die Mama von Applejack. Ireda, könntest du dich bitte um Applejack kümmern? Ich muss länger auf der Arbeit bleiben. Mhm. Ich nehm Applejack mit nach Hause. Ach, genau rechtzeitig. Der Kindergarten macht nämlich zu. Irene, vielen Dank. Tschüss dann. Guten Tag, ich hätte gern ein Kilo Brokkoli. Applejack, komm, wir gehen zu mir spielen. Tschüss, Steffi. Tschüss, bis morgen. Na, da wären wir auch schon. Und was ist das Erste, was man macht, wenn man nach Hause kommt? Genau. Hände waschen. Gib mal dein Händchen. Und natürlich mit Seife. So. Und schon sind die Hände sauber. Du kommst auch gleich an die Reihe. Setz dich in ein Stühlchen. Das nehm ich mit. So. Und für dich brauchen wir ein Handtuch. Das feuchten wir an. Einseiten. Und die Hufen sauber machen. Okay. Okay. So, Applejack, du wartest jetzt ein bisschen. Und wir wollen jetzt essen. Mh, unser Brei ist fertig. Das hier ist für das Baby. Und das hier für Applejack. Hier, lass es dir schmecken. So. Und das Letzte hier nicht vergessen. Hier kommt das Flugzeug. Und jetzt kommt das Auto. Und Applejack, schmeckt es dir? Applejack ist verschwunden. Wir müssen ihn finden. Wo konnte er sich bloß verstecken? Hm. Hm. Hier ist sie nicht. Hm. Hier ist sie auch nicht. Applejack, ich glaube, das ist deine Mama. Die wird dich sicher finden. Hallo? Ist jemand zu Hause? Hallihallo. Applejack hat sich versteckt. Hilfst du mir, ihn zu finden? Ich habe Applejack bereits gefüttert. Vielen Dank, Irene. Applejack. Applejack. Oh, freut mich auch, dich zu sehen. Hier warst du also, Applejack. Baby, komm, wir sagen Tschüss. Wir sehen uns dann morgen im Kindergarten. Tschüss. Und euch auch Tschüss. Wir sehen uns auch noch. Wiedersehen. Tschüss.